Habt ihr euch auch letzte Woche die Augen gerieben, als Olaf Scholz die Rente mit 63 abschaffen wollte? Für die meisten von euch ist die Rente noch sehr weit weg. Ob Rente mit 63, 65, 67 oder mit... Jedoch lohnt sich ein Blick auf das aktuelle Rentensystem zu werfen. Norbert Blüben hat mal gesagt, dass die Rente sicher sei. Warum er dabei gelogen hat... Wie wir die gesamte Lohnsteuer abschaffen könnten und warum die Rente zum Spielball der Politik geworden ist. Jetzt. Le-go. Ich bin so reich, ein Millionen Euro in der Schweiz. Ich gucke auf mein Konto und ich sehe, ich bin reich, ich bin der Shit. Die Rente hat ein Problem. Und das lässt sich schon mit ihrer Geschichte erklären. Aber kurz ein paar Basics zur deutschen Rente. Die Rente ist ein Umlageverfahren, bei dem alle einzahlenden Arbeiter die Rente der Ruhenden bezahlen. Es wird kein Kapital gesammelt. Das Rentensystem lebt von der Hand in den Mund. Politikersprech hierbei ist Generationenvertrag. So war das System schon bei der Einführung. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Erfunden zu Bismarcks Zeiten wurde die allgemeine und gesetzliche Rente 1989 beschlossen. Es trug sich selber. Weil das Renteneintrittsalter bei 70 lag. Höher als heute. Und die Lebenserwartung bei 50 Jahren. Niedriger als heute. Ja, ihr habt richtig gehört. Das Eintrittsalter lag über der Lebenserwartung. Im folgenden Jahrhundert stieg die Lebenserwartung deutlich auf über 80 Jahre in Deutschland. Das System blieb und das Renteneintrittsalter wurde sogar herabgesetzt. Und schon gibt es Probleme. Früher zahlten noch fünf Arbeiter für einen Rentner. Heute sind es nur noch zwei. Die Entwicklung reißt ein erstes Loch in die Finanzierung. Aber zurück zur Gegenwart. Heute ist das Modell so kaputt, wie die politische Karriere von Sebastian Kurz. Ich halte das alles nicht mehr aus. Nicht nur bekommen Rentner bis 2030 nur noch 43% ihres Nettogehalts als Rente ausgezahlt. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Das ist weniger als die Hälfte ihres letzten Lohnes. Das Modell wird zu einem Drittel durch Subventionen anderer Steuern getragen. 340 Milliarden Euro werden jedes Jahr an Renten ausgeschüttet. Aus Steuern kommen Zuschüsse von 100 Milliarden Euro. Das ist basically die Gesamteinnahmen aus Lohnsteuer oder die komplette Umsatzsteuer. Wenn das Umlagesystem wirklich funktionieren würde, könnten wir einfach die Lohnsteuer abschaffen. Einfach so. Weg. Der wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministeriums sagt, dass das Rentensystem in zwei Jahren vor dem Kollaps steht. Folge wären Altersarmut oder Zusammenbruch der gesunden Staatsfinanzen. Ah, perfekt. Die brauchen wir laut den Linken ja sowieso nicht. Gründe sind die Pandemie, die Babyboomer, die geburten-schwachen Jahrgänge, steigende Lebenserwartungen und Wählergeschenke. Lieblingsthema der Parteien in Deutschland. Wählergeschenke an die alten Generationen. Einfach weil die jüngeren Generationen, die es bezahlen müssen, noch nicht wählen dürfen. Beispiel dafür ist eben die Rente mit 63. Die Mütterrente, die Grundrente und so weiter. Das kostet alles den jungen Menschen richtig viel und bringt Wählerstimmen. Daher kein Wunder, was jetzt kommt. Ich habe mir die Parteiprogramme der Bundestagsparteien mal angeschaut. Wer will viel, viel mehr Geld für Rentner ausgeben? In Klammern potenzielle Wähler. Und wer will es nicht? Überraschend das Ganze. Die SPD will Rentenniveau garantieren und Mütterrente erweitern. Die Linke will eine Mindestrente von 1200 Euro. Die CDU will das Renteneintrittsalter erhöhen. Die Grünen wollen die Versicherungspflicht für alle und keine neuen Ausgaben. Die FDP will ein Teil als Aktienrente. Und die AfD will Gelder an Familien ausschütten. Fazit, wenig überraschend bei den Linken und viel Überraschung bei den Grünen. Experten gehen davon aus, dass keine der angepriesenen Maßnahmen das Rentensystem retten oder wirklich stärken wird. Es gibt aber auch Vorschläge von unabhängiger Seite, die ich mal für euch gesammelt habe. Rente mit 70 anstatt 63, eine vollkommen kapitalgedeckte Rente wie in Norwegen oder die Rente an die Lebenserwartung koppeln. Die gesetzliche Rente ist kaputt, weil Zahler weniger werden, die Bezieher mehr und die Lebenserwartung hochgeht. Außerdem wird sie sowieso schon lange nicht mehr von sich selbst getragen. Und dieses Milliardenmonster gefährdet die Staatsfinanzen. Man darf bei der Diskussion aber auch immer eins nicht vergessen. Hinter dem Geld steht auf allen Seiten auch immer jemand. Und es ist klar, dass jemand, der 47 Jahre im Stahlwerk gearbeitet hat, nicht mehr bis 70 arbeiten kann. Aber ein Kassierer oder Consultant? Heute gibt es Menschen, die 50% ihres Lebens nicht in die Rente einzahlen und trotzdem eine vollständige Rente erhalten. Klar ist, dass es eine echte Reform geben muss. Aber was meint ihr? Wie soll die Reform aussehen? Und wollt ihr bis 70 arbeiten? Schreibt es in die Kommentare. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert auch gerne meinen Kanal. Hier rechts geht es zu meinem letzten Video und bis nächste Woche.